Zuvor beim Walking Dead Montag. Lee und die Familie von Kenny sind in Macon angekommen. Nach einer Auseinandersetzung mit den Beißern kommen sie im örtlichen Drugstore unter. Dort haben Lee und Kenny eine Auseinandersetzung mit dem Vater von Lily. Dieser ist der Meinung, dass Duck gebissen wurde und er schnell getötet werden sollte. Im Laufe der Episode finden wir heraus, dass das Geschäft früher Lees Familie gehört hat und nun seine Eltern und auch sein Bruder tot sind. Außerdem erfahren wir, dass Lee einen Senator getötet hat, weil dieser mit seiner Frau geschlafen hat. Glenn, der sich auf den Weg zu einem Motel gemacht hat, meldet sich über Funk und benötigt Unterstützung. Dort angekommen erzählt Glenn, dass sich eine Jungfrau Nöten im Motel befindet, die es gilt zu retten. Mehrere Beißer müssen ausgeschaltet werden, bis schlussendlich die junge Frau gerettet werden kann. Leider ist diese sehr verletzt, sodass Lee ihr den letzten Wunsch erfüllt, eine geladene Waffe. Seht heute, wie es weitergeht bei Walking Dead. Es ist Montag, es ist 21 Uhr und es ist der Walking Dead Montag. Ich hoffe, die kleine Zusammenfassung von Episode 2 hat euch geholfen. Hier ist Episode 3 und wir wollen sofort ins Spiel gehen und spielen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich starte die 45 Minuten. So, die Pillen. Das war ja so ein kleines Problem, was wir hatten. Ich kann ja einmal versuchen... Ah ne, da muss ich hier vorne ins Büro gehen. Ich kann ja einmal versuchen, ob ich mit der Axt einfach die Tür aufschlagen kann. Aber jedes Mal kommt Clementine mit. Das verstehe ich nicht. So. Ne, das kann ich vergessen. Das ist eine Teiltür. Okay, das macht keinen Sinn. Kann ich Clementine einfach das Ding reinrahmen? Nein. Wir gehen raus. Die geht ohne was zu sagen einfach mit. So, dafür müssen wir jetzt aber echt hier mal das Geschäft verlassen. So, was sagt er denn? Wie geht's, Mann? Du weißt. Zurück zum Motorrad. Wie kann es so schlecht sein, dass es so schnell so schnell ist? Du weißt, wenn Dinge weggezogen werden, Leute machen verrückte Scheiße. Ich glaube. Das ist nicht ich. Ich verrufe nicht. Nicht für nichts. Gut, Mann. Gut. Du lässt sie es tun, du weißt. Du hast gesagt, sie die Schlacht. Ich weiß, ich habe es getan. Warum würdest du das tun? Wir waren ohnehin so gut wie tot. Gnade, sie wollte nicht mehr leben. Gnade. Merkmal, Mann. Ich konnte es nicht so weiter lassen. Wir konnten. Du wirst niemals wissen. Du kannst nicht Hoffnung geben. Ich denke, es war jetzt vorbei, Glenn. Äh, da... Du weißt, die Kombination für den Locken auf der Garten? Warum? Oh, du weißt. Ich dachte, ich würde gehen, meine Läge zu drehen. Du bist wahrscheinlich besser, wenn du es brechen kannst, wenn du es brauchst. Mhm. Was ist dein nächster Bewegung? Ich weiß nicht. Ich meine, ihr seht gut. Was ist deine Familie? Ja, ich... 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 Vergiss es, Mann. Das ist dein Geschäft. Ich liebe es, wie ich nichts tun kann. Ich weiß das Gefühl, Mann. Mich würde mal interessieren, wenn einer von euch da draußen die amerikanische Walking Dead gesehen hat. Also, ist das die Originalstimme von Glenn? Ich will jetzt rausgehen. Da muss ich wieder mit dem Kniftengärt hier reden. Wie geht's? Gut. Willst du gehen und einen Blick auf die draußen? Lass uns einen Blick auf die draußen. Okay. Er ist so ein Kniftengärt, ne? Kann ich ihm nicht einfach mein Foto zeigen? Ich glaube, du kannst nichts mit dem Kniftengärtig machen. Ja. Ich war immer mit dem Kniftengärtig, als ich ein Kind war. Aber es gibt nichts mit dem Kniftengärtig zu tun. Mann, ich misse meine Roboter. Du bist ein strange Typ, Mann. Total strange. So. Hey Mann, was machst du? Ich kann nicht mehr über die draußen gehen, wenn die Schlüsse raus sind. Für sicher. Die sind doch da draußen. Das wollte ich doch gar nicht, hä? Ich will da vorne zu dem Zombie. Ich hab das Foto. Wie kann ich dir das Foto zeigen? Du bist ein strange Typ, Dad. Ich weiß. Aha. Aha. Ich bin sicher. Ich habe das in der Office gefunden. Das Mann in der Foto gearbeitet hier. Die Schlüsse, die auf ihm sind, sind so gut und besser, wie wir können. Ja, ich glaube. Ich muss einfach herausfinden, wie sie rauskommen sind und sie zu holen. Sie brauchen nicht lange, oder? Nein. Nur ein paar Sekunden. Vielleicht gibt es eine Art, um sie zu enttäuschen und dir ein bisschen Zeit zu kaufen. Ich kann nicht diesen Brick erreichen. Los mal auf. Jetzt aber. Awesome. Jetzt noch mal den Ziegelstein. Ich kann nicht an. Ich kann nicht über die Brick erreichen. Die Straßen sind zu unter. Die Straßen sind zu vollkommen, um zu enttäuschen. Und zu fliegen zu gehen. Ich bin auch durch die tiefsteine. Die Distraktion ist nicht schlecht, aber... Denkst du, du kannst nichts mit diesem tun? Ich könnte es tun. Was ist das? Als ob er den Code weiß. Das ist unrealistisch. Können wir das tun? Ich habe alle die Codes, als ich in A.V. Lass es versuchen. Da drüben ist Strom. Mann, Mann, Mann. Ja, Sabberface. Das war ein Versuch wert. Ist da? Ist da? Ich habe es gemacht, aber es war zu risiko. Und dann kamen ein paar Leute und sie haben versucht. Und was ist passiert? Ich denke, sie sind die meisten, die du da sehen, wandern rundherum. Ja, das ist eine heistige Fortifikationjob da drüben. Ja, es funktioniert nicht. Was? Die was? Die was? Die Bumserei? Die Bumserei da drüben läuft aber schnell. Ja, es funktioniert nicht. Das verstehe ich nicht. So, jetzt den Stein. Auf jeden Fall. Ja, da sollte ich es nicht hinwerfen, ne? Na los, seid abgelenkt. Oh, jetzt wollen sie alle Ameisenkämpfe sehen da. Wie die Weißen gegen die Schwarzen Ameisen kämpfen. Es ist nicht Zeit, um eine Chance zu machen. Und... So. Der hat sogar schon einen langen Kopf. Der hat sogar schon einen langen Kopf. So. 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 Komm schon. Das ist ein Bruder, verdammt. Ach, Leute. Das kann doch nicht euer Ernst sein. So. Aha, die Schlüssel. Die sind erst auf uns aufmerksam geworden, weil du deine Fresse aufgemacht hast. Scheiße. Mann, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Das ist alles, was wichtig ist. So, Digga. Oh, nee, da ist voll dich. Oh, nein. Scheiße. Wir müssen hurry. Scheiße. Alarm ist nicht gut. Alarm im Darm. Ein paar von den Sami sehen echt richtig schlecht aus. Dazu muss ich aber sagen, ich spiele auf 1920x1080, alles auf High, alles an, was geht. Aber das Spiel gibt nun mal nicht mehr Grafik her. Es ist nun mal dieser Comic-Look, ne? Scheiße. Scheiße. Untertitelung im Auftrag des ZDF, im Auftrag des ZDF, im Auftrag des ZDF. Oh man, oh man, oh man. Was tun? Das finde ich schlafen. Danke. Wir verstehen das. Oh man. Den Stock klemmt ein. Den L-Klemmt ein. Hol den Stock. Äh, kuh, 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 kuh. Ich habe etwas gefunden. Nimm den Stock. Pats rein, pats rein, pats rein. Oh mein Gott. Oh nein. Okay, okay. Entweder den Dicken. Oder sie. Sie ist die Schützin. Schnell. Munition. Oh no. Es tut mir leid, Digga. Es tut mir echt leid. Oh mein Gott. Es tut mir echt leid, was weiß ich so machen. Schneller. Nimm doch dieses Ding aus ihrem Kopf. Was? Was ist mit dem los? Ich habe ihm geholfen. Sag mal, spinnt der? Ist denn nicht ganz sauber? Was? So ein Penner. Alter, was ein Drecksack. Wow, 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 wow. Da komme ich ja gerade gar nicht drauf klar. Boah, der kriegt eine Abreibung. Der kriegt so die Abreibung. Den mache ich fertig. Haut der mir aufs Maul? Ach, da ist die Alte. Ich will den Dicken aufs Maul hauen. Komm, trauere nicht. Haut den Dicken aufs Maul. Ich bin total schockiert. Was soll denn das? Ich denke, ich muss nach hinten gehen. Ich bin total schockiert. Ich bin total schockiert. Ich bin total schockiert. Die Stadt und ihre Verkaufgabe sind wie wie sie. Atlanta, die Katastrophe 9. Augusta, die Katastrophe. Ich denke, ich muss nachdenken. To Atlanta? Ja, ich habe Freunde da. Und ich kann nicht hier sein, dass sie in dieser Stadt sind geholfen. Es klingt so, dass niemand weiß, was da passiert ist. Wenn wir ein paar Tage vorgezogen haben, könnte es auch in der anderen Seite gehen. Ich muss meine Chancen nehmen. Tja, Glenn. Du musst tun, was du tun musst. Finde deine Freunde. Ich denke, du hast das falsch gemacht. Vielleicht. Aber ich würde lieber das falsch gemacht und nein, als das richtig gemacht und nicht machen. Ich respektiere das. Ihr seid sicher. Wir versuchen. Und Lea, wenn das nicht besser wird, Leute werden die Frau von oben aufstehen. Wenn die Frau von oben aufstehen. Du sollst sie einfach? Du hast die Karlie gesagt, dass sie die Schraubchen geben. Ja, ich glaube. Vielleicht bist du richtig. Ich weiß nicht, wie das so zu tun. Oder so. Anyway. Ich sehe dich wieder. Ja, ob Glenn jetzt, wenn man jetzt die Serie sich ansieht, da sind die, glaube ich, doch in Atlanta. Wo er dann da in der ersten Staffel hin und her läuft. Und wo der Hauptcharakter Rick auf ihn trifft. Ich glaube, das war Atlanta. Kann das sein, dass das hier ein bisschen Vorgeschichte ist? Hey, Kid. Ein nahes Telefon da hinten. Danke, dass mich aufhören. Kein Problem. Wir müssen uns auf jeden Fall beziehen. Ja, wir machen das. Du sagst, du wolltest mal Kinder. Äh, ich habe. Ja. Nun, sie ist nicht deine Daughter. Also du kannst sie nicht wie sie ist. Ja, ich weiß das. Aber du kannst sie sich umgehen. Hell, vielleicht besser als ein Vater könnte. Danke, Kiddy. Ich habe dich zurück, Freund. Okay. Ich glaube, ich bin gerade in der zweiten Episode drin, ne? Weil gerade noch mal so ein Dings kommt hier, so ein Check-up, wie die Leute zu mir stehen. So, so fühlt es sich jedenfalls an. Mal gucken, was sie jetzt zu mir sagt. Wie geht's dich, Karlie? Ich bin okay. Ich bin okay. Ich weiß, dass ich mich. Ich bin, ja. Ich kann mich nicht mehr über Dug. Wir können ihn nicht schützen, können wir? Ich glaube nicht so. Es passiert ziemlich schnell. Ich weiß, dass es dumm ist. Wir haben uns nur noch getroffen. Und er war so... Es ist nur, dass... Ich glaube, dass ich ihn mag. Ich bin sicher, dass er dich auch liebt hat. Ha! Du hast es besser. Auf jeden Fall. Ich würde lieber allein sein, ich denke. Ich verstehe. Ich verstehe. Was ist es? Wie hast du dich entschieden? Wir beide brauchten dich. Du hast mich. Du hast mich. Ich dachte, du brauchst die Hilfe. Ah. Das macht Sinn. Es war nicht so eine Wahl. Es war nur etwas, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht warum. Ich wünsche mir nur, dass wir beide es geschafft haben. Du weißt? Ich auch, Karlie. Ja, vielleicht habe ich da jetzt schon etwas falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Man weiß sowieso nicht, ob das, wofür man sich entscheidet, ob das richtig oder falsch hier ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, und dann? Hey Duck. Willst du es für einen Moment kühlen? Okay. Sorry. Ich bin sorry. Es gibt nicht viele Kinder hier. Nein. Es ist nicht das. Es ist... Ich habe wieder getroffen. Ich war da. Ich bin da. Und mein walkie-talkie ist weg. Glenn hatte den anderen. Es ist nur ein walkie-talkie. Es war wahrscheinlich nicht viel zu Beginn. Es war nicht nur ein walkie-talkie. Ich weiß, es macht keinen Sinn. Aber es ist wie ich mit meiner Mutter und Vater zu sprechen. Und jetzt sind sie weg. Es ist weg. Vielleicht können wir einen anderen finden. Ich werde das einfach nicht behalten. Lee. Komm her für einen Moment. Hm. Lass mich mit dem. Oh Mann! Eine andere Sache! Was willst du? Du möchtest meine Tochter? Hm. Das. Ihr Vater versucht mich zu töten. Er hat das gemacht, weil er weiß, dass Lee Everett ein Verwaltiger ist. Und so wird alle anderen, wenn du näher gehst. Du hörst mich? Ich. Ich weiß, wer du bist. Und ich gebe keine Scheiße darüber, was zu dir passiert. Aber wenn irgendwas zu meiner Tochter oder der kleine Mädchen, die du mit dir hast... ...haha. ...haha. Du hörst deinen Scheiße. Äh, ab und zu sind wirklich, ähm, Übersetzungsfehler unten drin, wenn wir das mal sehen. Hast du einen Moment? Ich frag mich, ob da dieser, dieser Fan-Dub genommen wurde. Mein Vater wäre tot, wenn es nicht für dich wäre. Der Mann, Doug, ist tot, wegen mir. Du kannst nicht so sein. Du bist nur ein Mann. Ich weiß nicht. Du bist nur ein Mann. Wir sind glücklich, dass wir dich haben. Ich hoffe, das ist das Geräusch von uns gewinnen. Ich auch. Das Motorrad ist ziemlich gefährlich. Wir blocken die Entrennungen mit einigen Autos, um jemanden zu warten. Wir können hier sein, bis die Militär läuft. Ich glaube, mit dem Plan. Ich auch. Wir haben die Bände, wir haben Wasser, und wichtigsten, wir haben Licht. Es gibt die Schmerzen, die nach Hause kommen. Ja, du bist richtig. Du kennst, Leute, ich glaube, es wird okay sein. Ich dachte, wir würden es gut sein, wenn wir die Schmerzen überleben. Wir haben nie erwartet, dass sie uns auslösen würden. Ich möchte, dass du das, okay? In Fall, dass du oder Clementine starten fühlen. Du wirst nicht mehr wissen, Gotti. Wie machst du, Clementine? Ich bin wirklich fach, Lee. Wir müssen Essen holen, Lee. Soon. Gotti, ich bin Andrew St. John. Wir sind vom St. John Derry. Es ist schön. Keine Ahnung, was passiert mit den Walkern auf Herschel's Farm. Du wählst die Kinder, diese Zeit. Was kommt, Lee. Es wird ein War. Die Walkern. Die Walkern. Die Walkern. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Und das erwartet uns, und da gucken wir auch gleich rein. Alte Scheiße. Ja, das Ding war ja als Episodenspiel aufgemacht. Ähm. Aufrichtigkeit. Du und 63% der Spieler. Die Wahrheit gesagt. Wen würdest du retten? Duck oder Sean. Du und 47% der Spieler haben Sean gewählt. Die meisten nehmen halt das Kind. Ähm. Loyalität auf Kennys Seite. Du und 48% der Spieler. Der Spieler. Kenny verteidigt. Achso. Gnade. Irene die Waffe geben. Du und 45% der Spieler ihr die Waffe geben. Okay. Wen würdest du retten? Duck oder Kane. Du hast 76%. Okay. Klicken zum Fortfahren. So. Jetzt können wir weitermachen. Spiel. Da steht Episode 1. Wenn ich da jetzt draufklicke, geht's dann einfach weiter. Spiel. Mal gucken. Aha. Spiel. Auf geht's. Nächste Episode. Wuhu. Oh. Da. Die helfen mir aber auch. Mal gucken. Wie die die Zusammenfassung geschnitten haben. Okay. Hatte ich auch drinne. All bei dir selbst durch das? Ja. Ich will meine Eltern jetzt nach Hause kommen. Und du. Du steigst auf der Front Door. Du bist unser Lookout. Das ist Doug. Du hast es. Und ich bin Carly. Okay Carly. Du wirst mit Doug mit dem... Du hast es, Boss. Was? Das ist alles ein bisschen heller als... Als er dann spielt. Gerade in dieser Zusammenfassung. Ich weiß nicht, was dir passiert. Aber wenn irgendwas passiert mit meiner Tochter oder der kleine Mädchen, die du mit dir hast... ...haha. Was ist das so komisch ist mit den Episoden? Quatsch. Oh! 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 Es sieht aus wie ein Räppchen. Na ja, das ist ein anderes Essen verloren. Ich kann es noch nicht glauben, dass wir all diese Kommissarie-Füße in drei Monaten durchgegangen sind. Es scheint so viel zu tun. Vielleicht sollten Sie die Tür nicht öffnen. Ja, aber dann wäre ich wahrscheinlich B-Food bei jetzt. Verrückt mir, ich habe keine Regretungen. Ein Räppchen ist kaum ein Essen, Mark, aber ich würde es nehmen. Hallo, Sir Watson. Mein Name ist der nebenbei, der gerade Counter-Strike spielt. Wer dieser neue Typ ist, weiß ich nicht. Äh, wir schaffen jetzt. Vielleicht. Du weißt, einige Leute sind nicht zufrieden mit der Art der Lillie handelt. Lillie weiß, dass es wichtig ist, dass die Kinder zu fähig sind und funktionieren. Manchmal bedeutet das, dass jemand ein bisschen zu verlieren muss. Du denkst, dass Kenny noch mehr Glück ist als wir hierher sind? Ich sicher, dass ich so. Ja, zwischen dem Lacken zu essen und Kenny und Lillie kämpfst, all the time. Things are getting pretty tense back at the Motor Inn. You know, Kenny's been talking about taking off if he can get that RV running. Uh. He's got a wife and son to look out for. And they're safest in a big group. Going out on his own will get them all killed. Can't blame him, though. Did you hear Larry going off on him last night? Was the old guy's deal, anyway? Seems like he's got a problem with you in particular. He's just an old racist asshole. That's his deal. Well, he needs to get over that and start finding a way to pull his weight. Our problems are not, we should all be out here trying to find food. And I know Lillie thinks he's getting weaker, but the guy's all muscled. He's a walking pile driver. I know I wouldn't want to be stuck in a room with him. And didn't he punch you in the face one time? Knock me flat. Knock me flat. So, schieß einfach den Raben. Gibt's heute halt Rabe. Take this shot. We need anything we can get at this point. Ah, scheiße. Okay, was war das? Oh, sieht die Episode ein bisschen hübscher aus, oder liegt's nur daran, weil's Tag ist? Und er hat auch so eine Jacke wie Darren. Also so ähnlich, halt Flügel hinten drauf. Okay. We'll leave, I swear! Lee! You guys okay? G-Get it off! Get it off! Goddammit! Get-Get it off me! Travis! Maybe they can help! These might be the same guys that raided our camp, and we barely got away from that! What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? It's okay! We're not gonna hurt you! Don't listen to them, Ben! Please, just let us go! We're not a threat to you! Kid, chill out! We'll try to help you, but you gotta shut the fuck up! Lee, this is fucked up! We've gotta help him! Please! Ben, shut up! My dad was Special Forces, I know what I'm doing! Just see if you can get him out! After that you can leave us or whatever! I don't care! Please! We gotta get him out of there! Oh god, thank you! Fine, but you gotta hurry! Hurry, please, hurry! Lee, his trap has been altered! There's no release lights! Oh no! Oh no! Shit! Walkers! It's now or never leave! Please! Get me out of this! Mark, get the boys back! Kenny, keep those walkers off of me! No! 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 Try the trap again! Anything! Please! Try to cut the chain! Let's go! Let's go! Ah! Oh god! This is brutal! Oh god! Come on up! Digga! Oh god! Oh god! Oh god! Oh god! Is he... He passed out! He's alive! Grab him and let's go! Nooo! Oh man... NOOOOO! Verdammt. The Walking Dead. Diesmal in Gelb. Hunger und Hilfe. Oh man, ich freu mich so. Es geht weiter. So arme kleine Mädchen. Ist mir richtig ans Herz gewachsen. Der Junge weniger. Der Nerv. Aber das war auch, das ist jetzt eine Anleihe aus der Serie. Auf dem Wohnwagen sitzen. Mit so einem Gewehr. Ja. Na, alle ein bisschen fertig mit den Nerven. Geht die Gäste open! Wir haben uns getötet. Shit. Was die hell sind sie denn? Come on, come on. Oh my god. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Lee, bist du okay? Get ihn in der Truck. Ich werde sehen, was ich kann. Kat, kannst du ihn fixieren? Jesus, Ken. Lee. Lee. Was ist das? Du kannst nur noch bringen neue Leute hierher. Was bist du? Hey, willst du dich schlafen? Hey, willst du dich schlafen für einen fucking Moment? Hey, watch your mouth! Nein, ich nicht! Ich wollte wissen, warum du denkst, dass du mehr Malos zu fählen war eine gute Idee war? Er würde sich die, wenn wir ihn nicht verlassen haben. So was? Wir sind nicht zuständig für jeden strugglinger Survivor, wir sehen uns. Wir müssen uns auf unsere Gruppe fokussieren. Wir müssen uns auf unsere Gruppe. Hier, jetzt. Well, hang on. Wir haben noch nicht gesprochen mit diesen Leuten. Vielleicht können sie helfen. Komm schon, Lilly. Das sind Menschen. Menschen versuchen zu überleben, wie wir uns. Wir müssen uns zusammenhängen, um zu überleben. Der einzige Grund, warum du hier bist ist, ist weil du Essen hast. Enough für alle uns. Aber diese Essen ist fast weg. Wir haben vielleicht noch eine Woche lefte. Und ich glaube, dass du dich nicht mit dem Essen holst, hast du? Um, nein. Okay. Ihr seid alle. Willkommen in der Familie, Kind. Komm her an, was ich gemacht habe. Was? Was? Nein, ich... Ich... Komm her an, okay? Ihr wisst, du glaubst, dass du der Leiter dieser kleinen Gruppe bist. Aber wir können unsere eigenen eigenen Entscheidungen machen. Das ist nicht dein eigen... Personal Diktator. Oh, komm her an, du bist dramatisch. Was? 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 Okay, fangen wir mal an. Also, erstmal kommen wir zu den Kids. Ja, ich will ihr jetzt was geben. Also, sie kriegt was zu essen. Ein Stück Dorfleisch geben, Cracker und Käse. Du kriegst einen Apfel, du bist ein Mädchen. So. So. So, die Kinder sind auf jeden Fall schon mal versorgt. Ähm, und dann gebe ich es den Frauen. Ähm, ja doch, komm. Ähm, want something to eat? Here. Me? How about you? You look like crap, Lee. When was the last time you ate? I'm okay. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. I know I said it didn't matter why you saved me instead of Doug, but... You don't know me anything, Conor. Sie will nichts, ich will trotzdem noch mal mit ihr reden. Lily has me handed out the food. Ugh, that can't be an easy job. It's not. I won't be able to feed everyone. What should I do? Well, if you wanted to get in good with Lily, I'd make sure Larry gets some food. You'd know that guy can be a real dick sometimes. On the other hand, giving that food to Kenny and his family might make him remember you, if he decides to take off in that RV one day. What about you? You need food too. We all need food. I can't tell you what to do, but whatever happens, I know you'll be trying to do the right thing. Thanks, Carly. Is sleeping any better? No. I know we should be grateful for beds, but no, I'm not. Drugstore? Yeah. Back in a bit. Tja, was sagt denn Kenny? Red mal mit Kenny, was, 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 was sagt der? Wem soll ich Essen geben? Word's getting out that you want to leave the motor in. That ain't no secret, Lee. It's probably our best bet. I'm not sure that's the best idea. You gave Glenn your blessing when he left. Just asking you respect my choice as well. Yeah, but he was leaving to find his friends. Your family's right here. Well, here isn't doing us any good. You should think about coming with us, you and Clem. Hmm, du solltest hierbleiben, das mit der Küste ist eine gute Idee, ne? Küste. Küste so like a smart idea. Maybe that is the best thing. I know that it is. I'm taking my family. So. Ich will jetzt etwas zu essen, was den Typen in der Bären verleihen hat. Liddy hat recht, was so neun Leute... Hm, hm, hm. Want something to eat? Back in a bit. Ich gebe es, ich gebe es einer Frau. Die, äh, er wird es schon verstehen. Er ist ein Kerl, er versteht es, warum die, die Frauen und Kinder erstmal bevorzugt werden. Der kriegt nichts, der ist neu. Der hat noch nichts geleistet, außer Scheiße bauen. So, Marco. Ist er okay? Ich weiß nicht. Kannst du mir eine Hand kurz geben? Sicher. Was hast du da? Just apply some pressure here, während ich versuche, das zu öffnen. Du weißt, ich dachte, ich war zu erinnern, zu erinnern, zu erinnern. S-sowing up people's injuries. Aber, ich meine, Cuts und Bruises are one thing, aber Lee, this man has no leg. Ich habe das richtige Ding. Ja, ich weiß, was du hast. Das richtige Ding ist manchmal einfach schrecklich, ich glaube. Well, du hast alles, was du kannst, Lee. Danke für die Hilfe. Geh' bitte und schau' auf die anderen. Ich brauche hier ein bisschen Platz. Nein. Nein, du brauchst noch Essen. Na toll. Boah, so'n Arsch, ey. Hier, komm. Du kriegst auf jeden Fall was. Hier, eat something. Du kriegst krecken, Käse. Danke, Lee. Need any help with the wall? Nope. Actually, we could use your axe. You mind if we take it? Ja, gib uns that thing for a bit. Here, Mark, this should help. Thanks. Hey, I'm the one doing all the work over here. You didn't think to give me the axe? Come on, Larry. Give it a rest, man. Things are different. Being a racist is outdated. Oh, and that's what you think this is? Is that what you told him? Yeah, that's right. And what are you gonna do about it? Look, I don't care what it is. But you two have got to start trying to get along. The only thing I have to do is protect my daughter. And right now, that means getting this damn wall fixed. So I would appreciate it, if you two would shut up and let me get back to work. So, wo ist die letzte Tochter? Der kriegt jetzt nichts mehr von mir zu essen. Der Fett sagt, der soll sterben. Oh, some of these people have gone longer than me without food. They're the ones that need it. Hm. Wo ist... Wo ist die andere Tante? Komm her, Alter. Du kriegst das Dörfleisch. Willst du etwas essen? Here, Kenny. Take this. How about my boy? He eat yet? Yeah, I gave you something. Sure. Then hand it over. I'm starving. Thanks. So. Essen ist verteilt, die Arschlöcher. Not such an easy job, is it? Never said it was. I don't envy you. I don't know how you have the strength to do this every day. I don't have a choice. Hey, thanks for looking out for me and my family. I'm serious about that offer to come with us. You've more than earned a ride on the RV with me. Still, I guess some people aren't going to be happy with your choices. You're out. What happened to my food? There's none left. You keep treating people like this. Oh. You want to talk, old man? Yeah. Well, I don't see you working on that wall. But we'll do that until the end. Ken! Lee! Come here, please. He didn't make it, did he? He lost too much blood. God damn it. I'm getting sick of this shit. Ken, come back. There's nothing... Let him go, Kadja. But... He just needs time. It's been a rough morning. That man you brought, I tried. But he was never going to survive. Well, at least he's not our problem anymore. What about the other kid? Ah! Ah, cool, 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 cool. The axe! Nochmal. Und nochmal rechts. Los, tritt ihn! Oh. Scheiße. Hätte ich wahrscheinlich dem Dicken die Axt gegeben, wäre auch nicht gesehen. Ah, jetzt kommt das aus der Geschichte. Gott, hilf uns. Es macht Sinn. In die ersten paar Tage, es spüren so schnell. Car accidents, suicides. Everything was making more of them. When I first saw it happen, we were all hiding out in a gym and everybody thought we were finally safe. But one of the girls, Jenny Pitcher, I think, I guess she couldn't take it. She took some pills. A lot of them. Someone went in the girls' room the next morning and... God. Back off! Whoa, lady, relax. Me and my brother, we just want to know if y'all can help us out. I said back off, Carly. Uh. Are you armed? Yeah. For protection. Dead could be anywhere. But, uh, I think you got the upper hand here. Why do you need gas? Our place is protected by an electric fence. Generators provide the electricity. Our generators run on gas. Look, we own a dairy farm a few miles up the road. If y'all be willing to lower your guns, we can talk about some kind of trade. Hey, how y'all doing on food? We got plenty at the dairy. Lee, why don't you and Mark check the place out, see if it's legit. I'm going with you. I got your back if anything seems fishy. So, uh, what do y'all think? You've got a deal. We'll bring some gas to your dairy. In exchange, you give us some food to bring back. See how it goes from there. Sounds fair. A couple gallons should power one of our generators for a while. So. So, this dairy. So, meine lieben Freunde, das soll's gewesen sein. Wie es jetzt weitergeht mit der Molkerei, seht ihr im nächsten Part von Walking Dead. Natürlich wieder montags 21 Uhr hier in der Wende der Homebase. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin noch, ich bin noch total, ähm, ne, noch total aufgewühlt. Könnte sofort weitermachen, aber genauso wie ihr warte ich jetzt eine Woche. Äh, mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer haut rein und bis dann, ciao, ciao. Ciao.